In schwierigen Zeiten braucht es ganz spezielle Unterstützung der Fans und das wünschen die Fans der Rotjacken den Jungs. Immer dabei sein, immer mitfiebern und einfach die KAC-Spieler unterstützen. Also ich würde den Jungs gern mitteilen, dass sie einfach weiter kämpfen sollen. Heute sieht man es eh, heute sind sie wirklich voll am Drucker. Es gibt halt Phasen, da geht es einfach nicht auf, den Mut nicht verlieren, weiter drucken und dem Manni noch einmal Dankeschön für den Schläger vom Jakob. Ja, da sieht man einfach unsere Mannschaft. Die haben einfach Herz und das sollen sie einsetzen und weiterkämpfen und da wird das schon. Ja, ich wünsche mir einfach, dass sie die Nerven behalten und wir stehen mir immer hinter ihnen. Es ist egal was kommt, egal welche Zeit, wir sind immer da für sie. Ich wünsche ihnen viel Durchhaltevermögen, viel, viel kämpfen und jede Menge Siege. Und dann wird es schon klappen, oder? Ja, ich denke schon, das wird schon noch hinhauen. Ist es schwierig als Fan, wenn man vielmals verliert oder verliert man als Fan auch gar nicht den Mut? Nein, ich glaube, als Fan verliert man nie den Mut. Als Fan steht man eigentlich immer hinter der Mannschaft. Und verteidigt die Mannschaft auch, wenn sie nicht so gut spielt? Immer, natürlich, gegen jeden. Herr Andersen, was wünschen Sie aktuell den Rotjacken am Eis und den Jungs? Den glauben wir an sich nicht zu verlieren. Sie haben immer wieder gezeigt, dass sie aus Tiefen rauskommen. Erinnere an Saisonen, wo wir in der unteren Playoff waren und dann Meister geworden sind. Ihr schafft es, bleibt drauf!